Willkommen zu einer neuen Folge. Let it's in. Willkommen zurück. Da wären noch 5 Millionen. Damit kann ich gefühlt nichts anfangen, wie man hier sieht. Ja, wow. Werde ich halt einfach jetzt das hier ab. Super, kriege ich jetzt ein bisschen mehr. Dann hole ich mir das gratis ab. Mach Bällewert auf 2. Weil das bringt mir halt auch deutlich mehr. Guck mal, ich bin jetzt schon bei einer Million wieder. Und kriege über die Nacht nur so wenig. Oder was wir über die Nacht über die Zeit halt nur so wenig. Klar, es gibt eine bestimmte Offline-Zeit. Die beträgt vielleicht 2 Stunden oder so. Aber das sind trotzdem 5 Millionen sehr wenig, wenn ich jetzt schon innerhalb der Zeit schon gefühlt schon fast 2 Millionen habe. Aber egal. Joa. Immer wieder hier in diesem Spiel. Bisschen chillen. Bisschen vorankommen. Hoffe, dass wir diesen Schacht jetzt hier erreichen. Auch wenn ich mir wünsche, dass wir dann mal in den Videos erreiche. 8 Millionen kostet das. Puh. Das ähm, ja. Ich krieg mal die Sachen hier ein bisschen ab. Hängt irgendwie wieder irgendwas fest? Ich glaube nicht. mach. mich hat das neig. ich nämlich ich sch oder ich , mach. ich Ich brauche ein bisschen was an Geld. Warte mal, ich mache das mal so, dass es hier immer ein bisschen schneller geht hier, ne? Ein bisschen mehr rauskommt. Wie kostet das eigentlich das nächste zu holen? 268 Millionen Euro, das ist ja mega, das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ja irgendwie wieder so, irgendwie so hingelieben, irgendwas, keine Ahnung. Zeitvergegennahmen. Ja komm, einmal werden gucken, damit es halt ein bisschen hier vorankommt. Hallo, ei laden, hallo. Das ist ja geil. Ich brauche ein bisschen Geld. So, hier mal ein bisschen die Zeit wieder fing rein an. Auf so bockenes Basis. Ah, 10 Millionen, wunderschön. Wunderschön. Ich komme, ich hole mal das hier alles wieder ab. So, weiter geht's. Ja, ein bisschen. Ja, das ist mit dem ersten Video oben fertig. Hm. Hm. Machst du meine Minuten offline. Ah, okay, jetzt bin ich bei 102 Minuten, die ich offline gehen kann und die ich halt Geld kriege. Das ist stabil. Das ist stabil. Offline. Ah, ich kriege nur 4% von dem, was ich einnehme, auch in offline. Offline Einkommensrate. 4%. Das ist ja komplett wenig. Da wunderschön. Da wundere ich mich halt auch nicht, dass ich nur 5 Millionen kriege. Das sind, das ist ja vielleicht gerade mal ein paar Pauis. Wenn ich das jetzt für 12 Minuten erhole oder egal, Hilfe. Die Chance, dass bald generiert werden kann. Die Chance, dass mal 2 Bälle generiert werden kann. Eigentlich bei 0,010. Chance auf doppelte Ballwert, auch bei 0,10. Wow. Dankespiel. Da kann ich nochmal 4 Minuten verlängern. Die Offlinezeit. Hier füllt sich das gerade wieder etwas auf. Funktioniert echt ziemlich, ziemlich gut. Klappe. Ah. Kann ich ein bisschen Geld kriegen. Ich will mir ein bisschen was abgelaufen. GEST dough WILL BExfadet, aber ich kann nicht überlegen. Hier wird es noch keine Schnaues zu widmen. Es wird, wenn ich ein bisschen was abgelaufen werde – ich finde, gerade einmal die Farbe von der Doppelstufe. Das war eigentlich ja so, ich möchte mich sagen. Du miterier von 1 vor,010. oder was einfach nichts mehr passiert ist okay ja krieg ich jetzt vielleicht meine sieben millionen 500 euro mehr pro ball ist definitiv besser leute machen manchmal wieder dass es noch schneller geht ja ich bau zwölf millionen bin grad bei drei geil ich brauche meine moneten mr krabs vielleicht alter ach die kommen ja schon wieder runter ja ja da ist richtig 5,2 prozent offline einkommen wo es ist halt ein prozent mehr als vorher nächstes mal upgraden kostet etwa 22 millionen oha wie viel jetzt kommt hier grad runter wild 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 da Ich will vielleicht mal dieses Schachti upgraden, zickzack, müsste ich mal upgraden. Kostet aber 120 Millionen, ja und die kriege ich jetzt mal eben nicht so schnell. Ja, ich hoffe mal, dass ich, wenn ich das nächste Mal wieder online komme, auf jeden Fall mehr kriege. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, das passiert jetzt nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao, Leute.